Ja, Overwatch, für dich einmal zur Infobitte LST am fliegen, wir haben dort eventuell eine Geiselnahme am Laufen. 10-4, sind gleich über den LSTs. Ich sehe einfach gar nichts. Anscheinend wurde Pain Shadow eingepackt. Beim 24-7 gewesen, welcher 24-7, welcher 24, hinter uns, er kommt, er kommt, er kommt, und es war definitiv Lila, es soll Lila angeht gewesen sein, von Augenzeugen her. Ja, wir haben hier ein paar Zeug, flüchtet, 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 wir fahren Richtung LST runter, Richtung Besten. Wir fahren jetzt links, es ist ein gepanzter Tabola, wir wissen nicht, wer drin sitzt und warum. Vorne fahrt noch viel Fluchtrichtung, jetzt Richtung Süden. Ja, ich mache, ich, wir nehmen das toll, ne? Wir fahren rechts ab, Richtung ALS-MD, fahren weiter Richtung ALS-MD, befinden uns jetzt gleich auf der Höhe der Fahrschule. Weiter Richtung Fahrschule, an der Fahrschule, jetzt dran vorbei. Wir sind jetzt auf Höhe der Tanke, das Fahrzeug dreht sich ab und zu mal wegen seinen schlüttrigen Reifen. Fahren links Richtung Davis, fahren wieder rechts rum, Richtung 24-7 am Kleiderladen, gegenüber der alten Waschstraße. Sind weiter Richtung Westen, wiegen jetzt rechts ab, Richtung Bennys runter. Fahren weiter Richtung Norden hoch, sind jetzt auf Höhe der Baustelle beim PDM, sind an der Baustelle dran vorbei. Wiegen rechts in die Seitengasse rein, kommen hinten an das Würfelpark wieder raus. Ne, schmarrn, wir wiegen die erste gleich wieder links rein und wieder links weg Richtung FIB-Brücke. Wieder rechts in die Gasse rein. Komm, fick dich. Sind jetzt auf Höhe der FIB-Brücke, sind jetzt unter der FIB-Brücke drunter. Fahren jetzt rein in die FIB-Brücke, fahren auf der gegenüberliegenden Spur. Kommen rechts am MT-Tunnel wieder raus, wir sind durch den MT-Tunnel durch. Die sind unten. Kommen hinten jetzt auf dem East Highway raus, fahren wann der Busstation weiter, dann vorbei, fahren jetzt rechts hinterm PD entlang. Fahren weiter Richtung PD. Ganz ähnlich aufgeben, aber so gut, schon mit dem Arsch. Fahren weiter Richtung Süden runter, sind weiter Richtung Süden, weiter Richtung Süden, bleiben immer noch südlich, biegen jetzt links ab Richtung LSC-Kreuzung. Richtung Cyprus hinter, fahren weiter Richtung Osten, weiter in Richtung Osten, sind jetzt gleich auf Höhe der Tankstelle an der Feuerwehrstation hier unten unter dem Tattoo-Shop. Sind jetzt an der Tramp vorbei, fahren jetzt links an der Tankstelle Richtung Würfelpark. Ach, schmarrn, nicht nach Würfelpark, Richtung Angelteich. Sind jetzt wieder 4,27 Richtung Angelteich, weiter hoch, sind jetzt auf Höhe des Angelteiches, weiter Richtung Angelteich unterwegs. Jetzt Angelteich, Tankstelle dran vorbei. Kreuzen diese in den nächsten 10 Sekunden, kreuzen diese jetzt. Wir sind jetzt an der Tankstelle dran vorbei, fahren weiter Richtung Diamonds Casino, sind jetzt auf Höhe des Diamonds Casinos. Jetzt an der alten Rocker, da geht's dran vorbei, jetzt am Diamond Casino dran vorbei, weiter Richtung Weinboot-PD, an dem Weinboot-PD dran vorbei. Ja, das war ein eigener Pitz, schön, danke. Fahren weiter Richtung Staatsbank, sind weiter Richtung Staatsbank unterwegs. Oh, sind immer noch weiter Richtung Staatsbank unterwegs. Was hat einer von euch gerade geschossen? Hm, sind weiter Richtung Golfplatz. Fahren da immer noch weiter, hat die Lichter aus. Sind jetzt, äh, gleich am Golfplatz. Sind jetzt am Golfplatz, fährt weiter auf der dicken Straße. Fährt immer noch hier, sind jetzt am Supremo anwesend. Und da hat er einen Baum geküsst. Die laufen, fliehen, drei Personen. Die laufen weg, die laufen weg, die laufen weg, wir cazern. Weiter, weiter, weiter. Jo, wer hat das? Drei Personen. Einer ist aufs Anrede, die kommt schwarz, wir rangen. Ja, wir, äh, Overwatch, äh, wieder verfolgen. Taser, runter, taser, weg, taser, taser, taser die. Schön, schöner Zugriff, festnimmt. Ist jetzt hinten raus, ist jetzt an der Uni. Taser, komm, tief. Läuft immer noch an der Uni, wo der kleine Kreisel ist. Punkt durch. Ist jetzt hinten beim Tennisplatz. Läuft zur anderen Straße. Ist jetzt auf der anderen Strasseite angekommen. Wo genau? Ihr seid dran vorbei. Was können die überhaupt? Halt an Junge! Das bringt nichts! Ich seh ihn wieder. Er ist getasert, ist getasert, ist getasert. Ja. So, da tritt er fest. Ich mach mal den Zimmer zur Abholung. Ja, da ist er. Achtung, der Club ist schon entgegengekommen. Heißt, es kann sein, dass der... Der ist noch am Knacken. Wir sind vor Ort, das ist ein oranges Fahrzeug. Ja, er fährt hoch Richtung Norden. Fährt weiter nach Norden auf den West Highway. Aber was schließt kann. Ist ein oranges Fahrzeug. Das ist glaube ich, das ist der Mustang-Verschnitt. Sind jetzt gleich an der Route 68. Vorsicht, da kommen gleich die Fotos vor. Ja, da sind wir jetzt. Da dreht er sich auch gleich. Sind jetzt für Route 68. Da biegt er auch rein. Sind weiter auf der Route 68. Richtung Osten unterwegs. Passieren jetzt... Sind jetzt an der Auffahrt zur Weingut. Da fahren wir ebenfalls vorbei. Weiter auf dem Weg auf der Route 68 nach Osten. Sind jetzt gleich für Army Base. Und an der Brücke. Sind immer noch Richtung Osten unterwegs. Hat die Army Brücke passiert. Weiter auf dem Weg nach Osten. Sind jetzt am Kleiderladen. Haben den Kleiderladen passiert. Immer noch weiter Richtung Osten auf die Route 68. Sind jetzt gleich an der Kirche. An der Kirche. Weiter nach Osten. Richtung Harmony. Und die SS-Streife ist auch schon mit dran. Und die SS-Streife ist auch schon mit dran. Fahren weiter Richtung Harmony. Richtung Staatsgefängnis. So. Fährt weiter Richtung Staatsgefängnis. Fährt weiter Richtung Staatsgefängnis. Immer noch weiter Richtung Osten. Auf die Straße. Eben noch. Und die Kaffee ist auch immer noch. Das ist die Kaffee. Ich bin auch schon mit dem Auto. Wir sind gleich für die Kaffee. Und hier ist die Kaffee. Da fährt er weiter, weiter Richtung Osthennen, fahren jetzt am Staatsgefängnis vorbei, weiter Richtung Osthennen, immer noch am Staatsgefängnis vorbei, passiert jetzt gleich die halbe Brücke, bremst hier stark ab und hinter zurücklegen. Von weiter Richtung Sandy, sind jetzt gleich am Sandy Airport, bremst wieder ab, pittet den Kollegen, biegt wieder ab in Richtung Osthennen, sind jetzt am Yellow Check in. Haben sie am Yellow Check in passiert, fährt weiter Richtung Highwaybrücke, sind jetzt an der Highwaybrücke, an der Highwaybrücke fährt er rechts nach Süden in die Stadt, bremst auch hier wieder stark ab. Oh, die Beleidigung merken wir uns, sind jetzt auf dem East Highway, wechseln auf dem East Highway, auf die Gegenfahrt. Oh, das gab einen schlimmen Crash. Fährt weiter, sind, ne, fahren wir wieder auf dem East Highway, Richtung City. Das sind die normalen Streifenfahrzeuge, ich sehe hier nur FBI-Fahrzeuge. Die haben die... 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 Die gemalt vor Ort sagen... ... Wir sind seit als einformedischer Fahrteil, der habitat war es immer wieder ab. Äh... Callonia oder weiter, ich muss auf dem Weg nachse OK, er bremst, er bremst, er bremst. So, bin denn da, umgekehrt. Noch mal wieder umgedreht, sind auf dem Weg Richtung Norden, das Auto sieht. Naja, noch nicht festgesetzt sind. Noch mal Pumpwerk, noch mal Pumpwerk Richtung Norden, der Gegenfahrt war. Aufgestellt, scheinbar. Wird geschossen, oder? Aufgestellt. Einmal auf die Mule aufpassen. So. Okay, wir fangen mit dem Weg. Okay. 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 Um. Okay. Aber weiterfahren bitte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Überachtet bitte, stellt Schilder auf, wenn ihr absperrt, weil man sieht das Blaulicht ab einem gewissen Bereich nicht. Ein bisschen noch tanken.